Hey Leute, oh Gott, jetzt komm, wir schicken jetzt den Jentrik zu so einem äh, äh, Groppes, äh, Groppi, Fan, Girl, hin, die hatte vor einer Woche Geburtstag, Facebook verrät uns alles und er gratuliert dir jetzt zum Geburtstag. Von Kalle. Von Kalle. Und der Jentrik bleibt dann ganz awkward, dann einfach so stehen nach dem Gratulieren. Ganz einfach so, das ist schon deine Rolle, das ist ein Theaterstück. Hallo, alles Gute nachträglich zum Geburtstag von Kalle, ich soll dir die Blumen geben. Oh mein Gott, danke. Bitteschön, bitteschön, alles Gute nachträglich, danke, ja, genau, bei Kalle wird man schnell emotional, ich kann das verstehen. Ja. Also, die Blumen sind als Zeichen, als Geburtstagsgeschenk, quasi, weil du ja Geburtstag hattest. Ja. Genau. Und Kalle kann ja... Ja, Jentrik, der ist so eine Silberzunge. Kann schlecht hier sein. Geburtstagsgeschenk. Die Blumen jetzt. Genau. Ja. Da kommt noch jemand da hoch. Kalle, kommst du dann jetzt raus? Oh mein Gott. Wo ist denn Kalle? So weit, so wie nur...